Ja, ich habe hier ein paar Leute bei mir, die haben ihre Badeklamotten auch mitgenommen. Und ja, tolle Frisur. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin nur ein bisschen nass geworden. Ja, aber es ist, glaube ich, gerade so im Trend hier. Also die Frisur tragen gerade mehrere. Bist du ja in guter Gesellschaft? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich erkälte mich nicht. Ach so. Und du bist aber noch ganz gut weggekommen. Bei dir sieht es ein bisschen anders aus, aber auch nicht schlecht. Also mein ganzer Koffer ist durchnetzt, würde ich mal sagen. Und da ist auch, ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich habe total Husten. Naja, es ist Reizgas mit drin. Also ihr seht mal, unsere Freunde hier mit dem Wasserspielen schwenken wir mal ganz kurz rüber. Ja, die geben ihr Bestes heute. Das ist echt übles Zeug. Und die sind alle nicht billig. Vorsicht, jetzt fangen die Leute an zu laufen. Ich glaube, wir bewegen uns hier mal weg. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Es ist wirklich schrecklich, wie Menschen gegen, also wie diese Gewalt gegen das eigene Volk. Es ist wirklich entsetzlich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen. Spricht mir das her. Aber ich finde es toll, dass ihr da seid. Super mutig, weil es wüsste viel mehr. Ich bin hier, um für meine Familie einzustehen, für meine Zukunft vor allen Dingen zu kämpfen. Ich möchte nicht in einem Neosozialismus und in einer Diktatur leben. Haben wir alle keine Lust drauf. Deswegen schön, dass ihr hier seid. Großartig. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier.